ARD Text im Auftrag von Funk Nimmst du irgendjemand? Dann brauche ich ja... Ja Oh, ich habe die Explosionsknarre noch einstecken, da fliege ich doch bestimmt gleich, wenn ich mit dem Ding schieße Machst du den Airbus oder was? Ja Oh, solltest du aber nicht benutzen Jedes Mal aufs Messer wechseln wir, um schneller zu rennen Ach tja, wenn du auf die 7 wechselst Oder 6, 6, 7, 6 Ja, aber das Messer ist auf der 3 normaler Hilfe Wir haben gerade die Kontrolle Keine Punkte gekriegt, weil ich aus dem Ranch gelaufen bin Ich gehe über Welche Fritze hat er da drauf gedrückt? Na hier Ich glaube, das war Daniel Ja sicher Der Stadt wird dicht dran, also NWP-Typ hier, der hier Der hier? Ja Der? Hol den das Medikin und dann geht weiter Ich glaube, ging jetzt das Ach so, zu viel mit? Nee Nee Naja Jetzt hat man gleich die Bude da oben immer aufbeißen können Hier, deine Munition, hol sie dir! Einer unserer Leute hat was abbekommen! Eis fällt wieder übernimmt Verdammt, da hat er Finde ich echt getroffen von denen Hier ist Teil, wo? Geht man so Greif das Einsatzziel an Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen! Ach, Shotguns sind auch nicht erlaubt Ja super Von hinten kommt er los Und er ist gekickt? Nee, aber Kommt wirklich noch reingelaufen Wo ich ihn vorher schon an Auf Pre-Shot Losgeballert hab Einsatzziel Weltall wurde localisiert Was? Wo? Wie? Wer? Der hier tot lag? Ja, der hier tot lag Hier ist deine Munition! Da kommt was Kommt was Von links, also Mehrere Ich hab E Unten Und Oben Links Ja, der wusste, dass ich da drin sitze Warte, die ist schön weggesprengt Ach, da müsste ich nur Ich hab hier auch was Jetzt sitzt er da drin oder was? Ja Ja Ich hab hier auch was gespeichert Ja Ich hab hier auch was gespeichert Du bist wieder ganz worden Nein, du bist im falschen Team Ich bin im was? Du bist im falschen Team Uhhh Was? Meine Fresse, ich kann doch nicht zurück Oh Wird geswitcht, geil Lebe ich sowas Boah, die werden ganz schlimmer Boah, die werden ganz schlimmer Boah, die werden ganz schlimmer Boah, dieser Schieder Das war ich Das war ich Ich kann nochmal versuchen zu wechseln Das wird bei 7 gegen 7 nicht funktionieren Ich komm mal mit mehr D Wenn ich so weit laufe Ich komm mal mit mehr D Wenn ich so weit laufe Ich hab hier noch einer Oh nein, sicher Genau Kein Schieder Ich hab dich vorher gesehen Nur weil ich den random voll erschossen hab Ja Irgendwie sowas Wir hören Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle Ah ja Schön abcampen da oben im Turm Ihr Kackschwasten Ah, der wieder Oh, was war's denn hier? Oh, was war's denn hier? Ich hätte mir haltet ihn hier offen und alles schickt bei dir im Turm Oh, was war's denn? Okay, Hilfe Hm? Genau Jetzt sind die an scheiß Lampen da mal auf dem Gewehr Schieß mir bitte von hinten in den Kopf Egal in welche Richtung du guckst, ist egal Da oben steht da immer noch der Kackwurst-Typ, Alter Immer von hinten, ne? Ich bin jetzt mal wieder im Loose-Team Okay Ja, lasst einfach A da hinten Alter, von da kommen sie nämlich angerannt Meine Fresse, ey Nur Idioten Wo sind die denn eigentlich? Immer der gleiche Immer von hinten Wo sind die denn eigentlich? Immer von hinten So ein Kack-Bird, Alter Ja Ich bin süß bei Shorby Ja, ich dachte mir schon grad, dass ich da was gehört hab beim Vorbeiren, aber WIO ECHN ICHN ja war ein headshot war einfach ein headshot erst recht naja ist das battlefield kannst du auch call of duty spielen ich habe eher von unten nach oben glaube ich die wache mich callen lassen um den brustkorb geschossen und dann ist die wache mir hochgegangen und hat um den kopf vermischt naja nach dem fahrzeichen schuss oder was sie aber ich will dass ihr dieses einsatz ziel verteidigt wir haben die kontrolle über einsatz ziel eckho auch wie ich seit zehn minuten keine gegner sehe ich höre die schlüssel durch das schlüssel ja only bird ne oh really bird Einfach mal die ganze Zeit durch die Gegend börsen, will schon irgendjemanden treffen Mann ey, hat man schon 200 Schuss am GEN, trifft trotzdem nichts Alter, wie oft muss man dann hier irgendeinen Typen treffen, damit er umfällt Ich probier's mal mit der Ace Jo, wieder ein Headshot, ist immer Headshot So ein Kackspiel Ja, hilft du an Trinkt der Daniel auch gleich Transparen oder so Äh, das ist mir jetzt einer Ja, ist der Logo, den hab ich erwischt, aber den anderen noch nicht Da ist es, ne? Gehen wir zum Wunder Ja, die Die Ace schießt irgendwie ganz komisch Also wenn man die ganze Zeit Bulldog spielt, dann ist das natürlich eine Ungewöhnung Ja, es ist ziemlich geradeaus eigentlich ganz so ziemlich genau auf dem Kapitän Ja, ich hab vorher nur Ace gespielt, bevor die Bulldog kam Kann sein, dass sie irgendwie zwischen irgendwie mal gebalanced haben Oh ey, ich bin so blöde Ob ich den so dermaßen daneben beziehe Ja, warte, blöde Oh, warum bin ich denn? Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta Ich möchte mal anmerken, dass ich erst fünfmal gestorben bin Ja, wenn du keine Gegner siehst, dann kannst du auch nicht sterben Ich renne immer dann zu den Flacken, wenn die Gegner nicht mehr landen Wie sieht das Einsatzziel an? Geh halt einfach aus dem Waffensum raus, du scheiß Ding Ich raste aus, Alter Na, mir jetzt verkehrt Spawn bestimmt nochmal hier Soviel zum Thema, bei Locker geht's hier richtig durch Sieben gegen sieben, hui Bin ich wirklich so? Ne Achtung, wir haben Einsatzziel Bravo verloren Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz Ich dachte, wir sind ein bisschen näher anlockt, aber kein Minus Ah, der sitzt im Turm Boah, wirft ihr mir eine Granate vor die Füße Kommt doch bitte zur Fünfter am besten noch Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert Ja Na klar, wir haben gewonnen von zwei Mann Boah, ich bin innen drin Hast du dir gefallen? Achso, du warst das Kein Problem, du hast ja gerade wieder aufgestellt Ich nicht, finde ich nicht Hätte ich dich aufgestellt, hätte mir Daniel nicht eine Granate an den Kopf gerufen Dings Einsatzziel Delta wurde neutralisiert Männer, sicher dieses Einsatzziel Einsatzziel Delta ist jetzt noch auf unserer Kontrolle Hör das Ja Ist nicht wahr Hilfe zählt als Kill 84 Immer hin, oder? Besser als Hilfe bei Kill Naja, trotzdem, ich habe zuerst geschossen Er kommt um die Ecke gesneakt und tötet mich Obwohl ich die ganze Zeit auf die Ecke geschossen habe Ja, Training Meinn Gott Er steht immer hinter mir der Vögel Immer Herz die auch nicht über dieses scheiß gitter rüber klettern kann das ist manchmal der führer ist so zum heulen teilweise nicht über die sekunde hallo aber diesmal aus kein headshot oder diesmal aus kein headshot aber ich habe auf den anderen mein gott alter mit einem kreuzfall wiederbeleben wie das hat von hinten ich habe es nicht mehr die 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 Geht's gut, Soldaten! Geht's dir mit Paket! Ha! Das war ganz klar. Und der kommt da näher ein. Ja, bringt nur leider nichts. Wenn der Sani überlebt. Oh, oben drauf fliehst du ein nervös Loch. Glaub nicht mehr. Ne, noch. Da sind noch zwei. Gibt aber noch mehr. Aha! Achso, von hinten! Ich würd grad sagen, der war noch nicht mal um die Ecke rum. Ich lage doch die ganze Zeit neben dir. Der ist aber noch. Ich will hier nicht aufstehen. Merkisch, tot. Jetzt ist er tot. Ich hab mir auch angehüllt mit der Warnrattung. Und du wirst wieder überlebt. Das war unfair. Aber beide ging das nicht mehr. Naja. Auffassend sind keine Linke fertig! Aufpassen! Gebär was von ihnen! Ah! Hör doch! Ja, hab ich mir auch grad gedacht! Seid ihr wieder? Ihr? Der Johnny bravo! Sechs Prozent, sechs Prozent. Ich habe nicht mehr mitgegangen. Äh, hinter uns. Okay. Lass ihn liegen! Lass ihn liegen! Wir haben jede Kate! Ich hab schon die ganze Zeit aufgeschossen, ihr seid wieder nicht umgefallen hier! Dreckssäcke! Wir sind halt dem anderen dahinter ja gerade! Wie die Geier! Moins, 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 Moins! Hey, ich hab ne Taschenlappe gezogen bekommen! Kannst du ja eben auch einen GC-Pay machen, ne? Und Gold-Tag! Wir halten jetzt Gold-Tag! Oh Gott, ey! Ein Service doch wahrscheinlich! Ja, Sub! Ist gut! Springen doch einfach und mach trotzdem noch Headshots! Ja, siehst du nicht! Ja, draußen! Hab ich! Du fällt ein! Einer ist in der Küche! Du kannst mich wesentlich die Typen töten lassen können, oder? Ne, eben nicht! Haben wir schon wieder 5 Millionen Tickets Rückstand! Das ist auch ein Super-Spawn hier, ey! Na, dann kommst du hier raus! Was? Genau! Ist schön! Na klar! Wird er trotzdem! Ja! Komm doch nochmal! Oh! Waffe leer! Wie wenig Schuss hat denn die Dreckswaffe? Ach, ich... Ich spiele jetzt gegen die Tür! Ist doch nicht! Ja, ich bin jetzt gegen die Tür! Ja, ich bin jetzt gegen die Tür! Hä? Ich bin jetzt gegen 9, alles klar! Ey, manchmal, ne? Denk ich aber auch... Luftpistole, oder wat?